Caridio, dein Karrierevideo. Wir, das Filmteam von Caridio, sind deutschlandweit unterwegs. Immer auf der Suche nach guten Arbeitgebern und spannenden Karrierechancen. Für dich. Hier im Südwesten von Deutschland, nah an der Schweizer Grenze, erlebten wir diesmal die Arbeit und das Team einer Vermögensberatung. Was kann ein Bewerber von euch erwarten? Auf jeden Fall eine erstklassige, fachliche Ausbildung und darüber hinaus natürlich auch die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln und das ist auch in meinen Augen das fast noch Wichtigere. Was macht ihr sonst neben der Arbeit? Neben der Arbeit haben wir natürlich tolle Team-Events, weil das Team ist uns ganz, ganz wichtig. Vor kurzem waren wir mit der ganzen Mannschaft zwei Tage in Tirol in der Area 47, das ist ein Funpark. Doch nun zum Team. Was macht die Arbeit hier aus? Kollegial, Spaß, Verdienstmöglichkeiten. Erfolgreich, lustig, geil. Zusammen verreisen und sich dabei weiterbilden? Beinahe zu schön, um wahr zu sein? Wer fragt, gewinnt. Deshalb zurück zum Interview. Wir haben jetzt schon einiges gehört über euch. Was ist das Besondere an eurer Arbeit? Dass ich hier arbeiten kann, im Gegensatz zu früher, wie ich sie richtig halte für den Kunden und für die Mitarbeiter und für die Kollegen. Und dass ich auch denen helfen kann, erfolgreich zu werden. Jemand interessiert sich für eure Arbeit. Wie sollte man sein? Was sollte man mitbringen? Man sollte Menschen lieben und man sollte auch Spaß am Genuss haben und an der Anerkennung. Dieses Arbeitsumfeld begeistert uns. Döcher auch? Wenn du weitere Fragen hast, melde dich hier. Schau dir auch den vierten Teil unserer Videoreihe an. Carilio. Dein Karrierevideo.